Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Ja, hier mit Dr. Cares. Und ja, meine Tierchen im Tierheim, die sind ein bisschen angepieselt, weil ich schon wieder nicht gleich vor Ort war. Aber jetzt bin ich ja da. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr gut in den neuen Tag gekommen seid. Und ja. Okay, du willst das, das und du willst das. Ob die jemals wieder glücklich aussehen werden? Meine Tierchen. Ist ja gut. Warum seid ihr denn immer so gemein zu mir? Mama ist doch da. So, ich weiß, dass ihr trotzdem nicht zufrieden seid und du besonders. So, haben wir jetzt noch irgendwas? Nein, wir haben sonst nichts mehr zum Freischalten gehabt. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, wir sind im letzten Kapitel. Und ja. Ich werde mal gucken, dass ich jetzt erstmal die tägliche Aufgabe lade. Oh ne, irgendwas in der Schule. Bediener 20 begeisterte Kinder. Ja. Mach ich doch gerne. So, du musst mal hier ein paar. Dinger wieder schnippeln. Dinger wieder schnippeln. Also im Moment sind die Kinder noch begeistert, ne? Solange ich auch hier hinterher komme und keiner warten muss. Ich hätte ruhig noch ein bisschen mehr reingehen können, ne? Aber ich war jetzt nicht mehr sicher, wie das ging. Und ich war jetzt nicht mehr reingehen. Du, 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 1 und 3 und... Noch zwei begeisterte Kinder, aber ich denke mal, dass jetzt nur noch eins... Also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wir haben immer noch genug Zeit. Ist die Uhr stecken geblieben? Und wir müssen jetzt gleich kurz... dem komisch. So... Und wir müssen ja, du, du, u, u. Awesome! will niemand noch mal gänge irgendwie haben anscheinend ja nicht sind das zwei jahre sieht aus wie zwei ja Ah, perfekt. die jetzt erledigen benötigen nicht länger als zehn sekunden für das aufräumen der station dafür hat man freunde wir haben keine alternativen mehr wir brauchen hilfe richtig nicht so auf jack alles wird wieder gut du findest eine lösung dazu du hast mich eingestellt weil du meiner fachkenntnis vertraust weil du meiner fachkenntnis vertraut dann vertraut mir auch wir brauchen hilfe ach so dann vertraut mir auch wir brauchen hilfe mehr ressourcen ein größeres team sind denn schon einige tiere an dieser geheimnisvollen krankheit gestorben nein aber es ist nur eine frage der zeit du kannst das lösen genug geredet und gehe wieder an die arbeit sam du musst mir versprechen dass du das zumindest mit dem vorstand diskutiert okay ich werde es diese woche dort besprechen danke sam das schätze ich sehr nun warum bedankst du dann bedankst du dann nicht mit einer was ist denn das für ein satz warum bedankst du dich nicht mit einer einladung zum abendessen bei mir ich denke nichts wir sollten uns professionell verhalten oh entspann dich jack ich werde das als ein vielleicht werden oder kacke was was muss ich ja eigentlich überhaupt tun okay was ist das so das sind die die härtchen dazu die dann dings brauchen ja ist ja gut ich ja ja sag mal habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht ach schon die ersten die hier ein bisschen um gott okay gut und das ist die nachfüll dings okay das ist die maus ach und sauber machen dürfen wir auch noch okay nein wir brauchen überhaupt keine hilfe gar keine hilfe beinahe wäre es übergült und was weiß ich aber ich bin Oh nein 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 Lauf, 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 mach sauber, mach sauber Das war knapp Es hat schon rot geblinkt Verdammt Jetzt muss ich noch den sauber machen Aber wir haben drei Sterne erreicht Wir haben alles gerade so noch schnell sauber gekriegt Also, hier ist der Plan Ich werde mich um all den Papierkram kümmern Und ich mich um die Kunden Während du dich um die Tiere von Snackfort kümmerst Danke, ihr beide seid einfach umwerfend Das stimmt, wir sind umwerfend Dafür hat man doch Freunde Wir sind für dich da, Amy Aber nur wenn wir wissen, was hier vor sich geht Okay, Amy? Ja, ja, ich weiß schon Ich hätte es euch eher sagen sollen Und ich kann nicht alles allein tun Und? Crystal Super Jack, zurück Schön dich zu sehen, Kumpel Hey Amy, geht es dir gut? Ja, es geht schon Wie ist die Lage bei dir? Wie verarbeitet die Klinik die Epidemie? Ich mache mir ehrlich gesagt ziemlich große Sorgen darum Ich habe um mehr Ressourcen für die Problemlösung gebeten Aber ich denke nicht, dass sie mir bewilligt werden Dann müssen wir es selbst lösen Zusammen Na dann mal los Los, los Du hast Glück, dass du so tolle Freunde hast, Amy Danke euch beiden Ohne Amys Hilfe könnte ich das nicht schaffen Hole hintereinander 10 Boni Boni für Schnelligkeit Und wir können verbessern Wo fangen wir da denn am besten mal an? Die Kunden werden für erstklassigen Service mehr bezahlen Fülle die medizinischen Vorräte schneller auf Diese neue Gaspumpe verringert die Chance, dass sie Ja, ja, genau das da ist wichtig Wenn du an diesem verbesserten Dresen Behandlung vorbereitest Vereinfachen sich die Minispiele Du kannst die Aufenthaltsstation in der Klinik schneller reinigen Und die Kunden geben für qualitativ hochwertigeren Service mehr Trinkgeld Das ist doch auch schon mal gut Dann hätten wir doch schon mal einiges gedingst Und wir sind mit Amy da Das ist schön Das ist schön Ah, die Maus müssen wir hier ja auch finden, ne? Naja, ne, doch nicht. Das ist ja eine Herausforderung. Okay, gut. Das ist ja eine Herausforderung. So, das haben wir geschafft. So, das ist ja eine Herausforderung. 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 Ah, verdammt, jetzt ist es doch übergelaufen. Naja, macht nix. So, das ist ja eine Herausforderung. Heitere die Besitzer der Haustiere auf, die im Krankenhaus sind. Okay, ein zweiter, erster Tag. Hey, du bist genau richtig für deinen zweiten, ersten Tag. Das hätte ich beinahe vergessen. Das war ja eine Ewigkeit her. Es war am ersten Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Hey, ich hab nachgedacht. Hey, ich hab nachgedacht. Samantha kommt vielleicht irgendwann vorbei. Ich kümmere mich darum, aber ich wollte dich nur warnen. Nein, ist schon okay. Ich werde selbst mit dir fertig. Sam spielt jedenfalls keine Rolle. Es wartet wichtige Arbeit auf uns. Das respektiere ich. Du bist eine starke Person. Also, bereit für die Arbeit? Ach nee, jetzt haben wir auch noch unterschiedliche Farben. Hm. Oh Gott. Genau. Ja. Du bist schon richtig." Du bist nur schon echt. Du bist irgendwie dabei. Oh Gott. Vielen Dank. Oh, da ist die Maus. Ay, ay, ay. 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 Amy, was machst du denn hier? Musst du dich nicht um deine eigene Klinik kümmern? Sie ist die beste Tierärztin, die ich kenne und ich habe sie um Hilfe gebeten. Jack, könntest du uns kurz entschuldigen? Natürlich. Hör zu, Amy. Es ist dir nicht gestattet, hier zu sein. Nein, du hörst jetzt zu, Sam. Ich weiß, dass du mich nicht magst. Und es ist mir auch mittlerweile egal. Es geht hier nicht um dich oder mich. Es geht darum, das Richtige zu tun. Wir müssen hier die Tiere retten. Wie kannst du es wagen? Hör auf. Hör einfach auf und lass mich arbeiten. Das ist doch noch nicht vorbei. Sammel alle Proben. Datenberg. Datenberg. Hey, Jack. Guten Morgen, Amy. Wie geht es unseren Patienten heute? Gut soweit. Ich glaube, dass du gestern recht hattest. Wir brauchen mehr Daten. Sollen wir uns auf das Sammeln der Proben konzentrieren? Ja, wenn wir die Daten aus beiden Kliniken kombinieren, dann können wir vielleicht Korrelationen identifizieren. Okay. Genau. Sollen wir? Ja, natürlich. Immer. Er steht da oben in der Ecke und wartet, bis er abwischen kann. Völle die medizinischen Fälle auf, denn in diesem Kühlschrank ist viel mehr Stauraum. Dann kaufen wir uns den doch. Was heißt, ich ziehe den Laser und reibe damit über die Schmerzen stellen, um die Beschwerden zu lindern. Okay. 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 go, co, 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 co. Okay. 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 Das war's. Und die Maus muss ich auch noch finden. Da ist sie. Das ist voll gut versteckt hinter dem Vorhang. Das war's. So, aufgefüllt. Der Check macht jetzt noch die letzten Dinge sauber. Okay, holen wir die Daten von meinem Computer. Also, Newton, hast du alles hier im Griff gehabt? Wah, ist gebunkert. Du bist ein Gauner, Newton, aber ich mag dich trotzdem. Ihr beiden scheint euch ja prächtig zu verstehen. Ja, Newton und ich sind inzwischen alte Freunde. Ja, genau das meinte ich auch. Wir haben, was wir brauchen, aber wenn wir das Rätsel nicht bald lösen, wir werden dahinter kommen. Gemeinsam. Ich denke mal, die andere, die Samantha, wird da nochmal dazwischen funken. Wer zuerst kommt, wird zuerst bedient. Oh je. Natürlich. Also ihr, ne? So, du. Du und du. Und dann, du. Ui. Geina. Ja. Na. Ui. Sie. 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 Also bis jetzt ist ja noch alles gut, ne? Also bis jetzt 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 bis bis jetzt bis jetzt bis jetzt bis jetzt bis jetzt bis jetzt Ja, du sollst sie damit... Ich komme ja dem Ganzen hier gar nicht hinterher, Mann. Kann die jetzt einfach mal hier einen Nachschub reinschieben oder so? Ist ja nicht mal machbar. Ja, du sollst sie damit. 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 Sie hat es anscheinend am schlimmsten erwischt. Aber warum? Genau das müssen wir herausfinden. Wir brauchen mehr Anhaltspunkte. Ich habe die für Josie gekauft. Ja, du sollst sie damit. Ja, du sollst sie davon gar nicht genug bekommen. Also ich denke, kurz davor, du denkst doch nicht etwa, gehen wir in mein Labor und wir nehmen uns auf dem Weg nach draußen noch mehr Futter von Behringer mit. Wovon reden die? Wovon reden die? Ich habe keine Ahnung. 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 Da war die Maus. Ich weiß jetzt überhaupt gerade nicht, wo hier Oh Ai, ai, ai Gasty Mouth Und so. Und niemand will mal eine Infusion haben oder so? Ich würde das auch gerne mal sehen. Ich würde das auch gerne sehen. Nimmst du jetzt das Gerät? Oh Gott. Ah, verdammt. Wir haben die Aufgabe nicht. Ja, ist ja gut. Das ist doof. Oder haben wir sie doch geschafft? Weil wir haben ja eins nicht... Naja. Abwarten. Wie geht es Ihnen? Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wir haben nicht schnell genug reagiert und zu wenig unternommen. Hör zu, ich verstehe das. Du hast auch einen Boss, auch wenn er dein Vater ist. Aber das nächste Mal, wenn ich dir sage, dass wir mehr Hilfe brauchen, dann musst du mir zuhören. Ich, ich verstehe. Ich begreife das jetzt. Ich werde mich darum kümmern. Vielen Dank, Samantha. Papa, wenn wir nichts gegen diese Epidemie unternehmen, dann wird sie das Unternehmen zerstören. Ich werde zusätzliche Hilfe beantragen. Wir können nicht... Was? Was meinst du? Das kann nicht dein Ernst sein. Was hast du dir nur dabei gedacht? Das ist bestimmt was beim Essen. Ah, doch. Wir haben es anscheinend doch geschafft. So, wer möchte denn... Ach, du möchtest wieder. Na, der sieht ja wenigstens wieder zufrieden aus. Aber der will gleich schon wieder. Ich warte jetzt in dem Moment noch ab. So. Was haben wir denn hier? Achtung, die Produkte fallen manchmal vom Tablett. Okay, dann werden wir doch mal gucken, ob wir die Herausforderung schaffen. So, dann verbessern wir mal ein Bettchen. Du sollst das... Okay. Mach ich halt die falsche. Um Kids... Okay. Wie soll man das denn auch, wenn das so lahm ist? Hm. Okay. 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 Fantastic. Okay. Okay. Oh! Fantastic. Okay. 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 Oh ja ja ja. So, alles aufgefüllt, alles sauber, perfekt. Ja, und das Tierheim meldet sich wieder. Ah, der fühlt sich auf jeden Fall wieder komplett wohl. Lese alle Nachrichten von Amy. Schlechtes Futter. Wir müssen die Presse informieren und völlig positiv endgültig vernichten. Essen nicht gut. Hattest du Glück? Es gibt gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass wir wissen, womit wir es zu tun haben. Nur noch einige Testergebnisse und das Resultat steht hundertprozentig fest. Unglaublich. Es war also das Futter? Etwas so naheliegendes? Und die schlechte Nachricht? Ich habe noch kein Heilmittel gefunden. Du solltest zur Presse gehen. Jetzt? Erst wenn wir absolut sicher sind. Check, wo ist das Sam davon? Darüber machen wir uns später Sorgen. Gehen wir an die Arbeit. Fang schon einmal an. Ich muss noch ein paar Tests machen. Ne, wir haben noch nicht genug. Brauchen 700. Okay. Die kriegen wir doch bestimmt jetzt hier noch mit den Leveln hier zusammen. Und ein Kühlakko. Okay, gut. Ah, der muss erst mal ge... Wusste ich nicht. Hey Jack, ich bin zu hundert Prozent davon überzeugt, dass das Futter giftig ist. Okay, gut. Ah, super. Ist der da oben gegangen? Aber die sehen doch selber, dass ich hier drin zu tun habe. Kann ich nicht auch noch Händchen halten? Auch noch. Ähm, ziehe die Schieber damit auf dem Bildschirm die vertikalen und horizontalen Signale übereinstimmen. So ungefähr. Ich mache jetzt endloses Warten. Das ist so stressig. Komm später vorbei, okay? Okay. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich habe ja gar keinen Stress hier, ne? Nein. Oh Gott. Es tut mir leid, dass das jetzt hier Verspätung hat. Wie ist das? Oh Gott. Ja, es tut mir leid, dass es jetzt... Wie weiß doch das, was ich arbeite. Ach nee, weißt du was, ich mach das nochmal. Ja, es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Hey, Check, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass das Dingsbum ist. Aber das haben wir ja schon im ersten Durchgang. Hm. Hm. Okay. 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 Und wir kommen später vorbei. Ja, ja. Okay. 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 Du sollst dir sauber machen, Junge. Okay, ich glaube, dass ich das jetzt habe. Okay, gut. Wenn du das meinst. Oh, ich habe die Maus noch nicht gefunden. Verdammt. Ja, jetzt willst du auch nicht mal aufgetaucht sein. Okay, dann muss ich hier nochmal rein, wegen der Maus. Aber jetzt haben wir wenigstens die Aufgabe. Das ist es, das Heilmittel. Es funktioniert. Juhu. Amy toll, Amy toll. Ich habe etwas erfahren, das solltet ihr beide wissen. Ich habe gerade mit meinem Vater telefoniert. Ich kenne den Grund für all die Probleme. Wir haben es auch herausgefunden, das Futter ist mit einem Giftstoff verseucht worden. Wie es sich herausstellt, wusste mein Vater davon. Er wollte die negative PR vermeiden und dachte, dass wir es irgendwie selbst heilen können. Er kann manchmal solch ein Idiot sein, aber das ist alles meine Schuld. Wir könnten dir die Schuld geben oder deinem Vater. Es macht keinen Unterschied und es hilft nicht. Wir haben ein Heilmittel gefunden, Sam. Wir können die Tiere retten. Sag mir, was du brauchst. Fällig positiv wird alles bezahlen. Ich habe vor kurzem etwas gelernt. Ich habe das gefunden, als ich darüber nachgedacht habe, meine Klinik zu schließen. Ich dachte mir, dass du es vielleicht haben möchtest, als eine Erinnerung. Okay, also ich werde das Futter sofort zurückrufen lassen. Und ich werde die Behörden informieren, damit sie bei der Überprüfung der Tiere helfen können. Amy, danke für alles. So, aber ich möchte gerne die Maus haben. Dann können wir zumindest eine Liege noch verbessern. Ah, verdammt. Das ist echt stressig. Und dann wollen die da oben noch Händchen gehalten bekommen. Ja, ist gut. Hast du es jetzt gelesen? Oh Mann, check. Also muss ich mal gucken, wo diese Maus sich rumtreibt. Wenn. Oh Mann, ich bin. Oh ja, genau. Oh, da ist die Maus. Ich hab sie gefunden. Ja, es tut mir leid. Ja, die haben wir halt nicht geschafft, aber wir haben die ja eigentlich, ne? Ich hab sie gefunden. Aha. Aber ich schaff das Level doch trotzdem. Also das mit der Maus wird doch gespeichert, oder? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja, geschafft haben wir es trotzdem. Oh, das Tierheim meldet sich wieder. Ja, du sollst ihm das auch bringen. So, verteilte das Medikament. Wir werden Helden sein. Okay, wir haben tolle Neuigkeiten. Wir haben ein Heilmittel für diese ungewöhnliche Krankheit gefunden. Jack und ich haben genug für alle Tiere hergestellt. Das Heilmittel wurde in der Klinik von Dr. Kerst entwickelt. Die Menschen hier können sich glücklich schätzen, sie zu haben. Also bitte noch etwas Geduld und alles sollte dann glatt laufen. Oh, das Fernsehteam. Du sagst also, dass das Tierfutter von Beringer die Ursache des Problems ist? Das stimmt und einige Vorstandsmitglieder wussten davon, wozu auch mein Vater zählt, der diese Informationen an mich weitergegeben hat. Was? Wozu auch mein Vater zählt, der diese Informationen an mich weitergegeben hat? Das ist eine sehr offenherzige Antwort. Wir beabsichtigen, alle nötigen Schritte zu unternehmen, um dieses Problem zu lösen. Die Behandlung wird von Filik positiv übernommen. Wir werden Dr. Kerst auch für ihr Heilmittel vergüten. Wir übernehmen die Verantwortung für unsere Fehler. Das ist alles. So, dafür reicht es jetzt noch nicht. Oh, Mann. Oh, Mann! Das war's für heute. So, die Maus fehlt auch noch. Oh, Gott. Das hab ich gar nicht gesehen. Das ist auch noch... An der Seite auch noch was zum Regeln gab, ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, Gott. Aber ansonsten geht's euch noch gut. Oh, oh. Hallo, Prinzess. Prinzess, erinnerst du dich an mich? Auf dich warten zu Hause jede Menge süße Kätzchen. Ähm, Entschuldigung, Dr. Kehrs? Nur Amy. Ich wollte mich entschuldigen. Ich hätte dein Können nicht anzweifeln sollen. Es tut mir leid. Vielen Dank, dass du meine Prinzess gerettet hast zum zweiten Mal. Prinzess kann bald wieder die Regentschaft übernehmen. Katzen besitzen dafür ein Naturtalent. Und wir sehen uns bei ihrem nächsten Check-Up. Hab immer alles vorrätig. Oh je. Oh je. Behaltet Josie und Zeus im Auge. Ähm, dann machen wir doch mal die Herausforderung. Und dann können wir uns noch das letzte Tierbett verbessern. Beinahe wäre es schiefgegangen. Oh Mann, ich hatte die doch. Na egal. 쓰고. rolls auf, raus auf. behalten. ellos dass die Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh Mann Ja, okay, das hat nicht gereicht Ja, was denn jetzt? Das da, das da und die, oder nicht? Danke schön, du doofer Fuzzi Das lief alles so gut Jetzt habe ich schon wieder die falsche Flasche reingemacht Ja, okay, das hat nicht gereicht 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 Das läuft doch alles viel zu... Also die zwei, also, ja, die schaffe ich nicht irgendwie Ja, okay, das hat nicht gereicht 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 Sag mir nicht, dass ich nicht die drei Sterne vollkriege Ja, okay, das hat nicht gereicht So, behalte Josie und Zeus im Auge Amy, ich weiß, dass du viel zu tun hast, aber... Wir haben uns die ganze Nacht um Josie und Zeus gekümmert Sie sind unsere letzten beiden Patienten Hör mal, ich habe schlechte Nachrichten Zeus war länger krank als die meisten der anderen Tiere Und Josie... Sie ist sehr jung Ihre Organe können die Giftstoffe viel schlechter verarbeiten Es gab noch mehr Komplikationen Oh nein! Die Arbeit hört nie auf, oder? Wir müssen ihre Verdauungssystem untersuchen Und das Problem identifizieren Am Ende des Tages sollten wir unsere Optionen kennen Es tut mir leid, Lisa Ich wünschte, dass wir all das schon eher herausgefunden hätten Sei nicht albern Ohne dich hätten wir nie die Lösung gefunden Hm Hat sie sich jetzt drum gekümmert? Sah so aus, ne? Ach so aus, ne? Okay, Punkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott. Oh nein, verdammt. Ah, verdammt. Ja, es tut mir leid. Sehen Sie nicht, wie voll es hier ist? Ah, ihr wollt das da um? Es tut mir doch leid. Ah, hauptsache Händchen halten. Hmm. Ah, hauptsache Händchen. Ah, hauptsache Händchen. Oh, mein Gott. Oh, now Zorn tries. Verdammt. Wir haben trotzdem alle drei Sterne. Zeus und Joe, sie sind sehr stark, beeinträchtigt. Sie müssen operiert werden. Es ist riskant, aber Jack und ich glauben, dass es das wert ist. Also ich vertraue auf dein Urteil. Tu, was getan werden muss. Was wäre, wenn wir auf die Selbstheilung setzen? Das ist, glaube ich, keine Option. Wir müssen handeln. Sofort. Ich stimme zu. Je länger wir warten, desto mehr verschlechtert sich die Lage. Okay, ich glaube euch beiden. Wenn jemand sie retten kann, dann seid ihr das. Dann müssen wir jetzt an die Arbeit. Wir dürfen keine Zeit verlieren. So, im Tierheim ist im Moment noch nichts los. Bring Amy und Jack, was sie benötigen. Wieder ein tolles Team. Es ist immer schwierig, wenn man das Tier eines Freundes behandelt. Ich bin auch nervös. Aber dank dir hier ist es viel einfacher. Wir sind ein tolles Team. Ich würde mit niemand anderem zusammenarbeiten wollen. Bist du bereit? Ja, jetzt schon. Und irgendeiner... Okay, äh, Moment mal. Wo kann ich hier alles auffüllen? Äh, Moment. Moment, ich bin etwas überfordert. Und die Scheren muss sich dann auch alle wieder auffüllen? Wo soll das denn herkommen? Ach, da. Okay, gut. Äh, gut. Äh, gut, gut. Oh, Gott. Äh, ja, okay. Ich, ich, also irgendwie ist das hier in dem Level ein bisschen... Ja, ziehen und da und jenes. Ja, ich bin, ja, auch irgendwann soweit. Ich muss das ja erst mal alles finden. Äh, äh, hoch. Okay, ähm. Ja, kanntest du dem das vielleicht auch noch... Äh, gering? Okay. Anschuhe, die Maus. Ähm, ja, ich hab jetzt auch sehr viel Zeit. Da. Äh. Oh Gott, noch ein Reels... Ah, mein... Okay. Hier, sofort da. Äh... Wo sind eigentlich diese Messer zu finden? Sind die hier dabei? Ja, kannst du dir das mal vielleicht mal geben? Also da sind Schere... Ach, die sind im selben... Okay, gut. Das ist alles, was ich wissen wollte. Oh, mein Gott. Da, hier, okay. Äh, nein. Das, die, so. Oh, mein Gott. Was, was ist denn los? Seht ihr nicht, dass ich hier ein bisschen zu tun hab? Nein, die stinkig. Ich glaub, es geht los. Nein, ich kann dich hier nicht auffüllen, nur gut. Ach, nee, Quatsch. Hm, na, egal. Vielleicht braucht das ja jemand. Und... Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, sie habe ich es nicht gewusst. Sie braucht das. So, ähm, du bitte da hin. Und eine Schere. Ich war, glaube ich, noch nie so müde. Wem sagst du das? Die letzten Wochen waren verrückt. Wir haben alles getan, was wir konnten, oder? Wir haben es, glaube ich, geschafft, Amy. Wirklich. Jetzt müssen wir nur abwarten. Ich bin froh, dass du hier warst. Ich bin auch froh, dass du hier warst. Obwohl ich im Schlepptau einer Tyrannin und Konkurrentin daherkam. Sogar dann. Und es war nicht ein Fehler. Trotzdem denke ich, dass ich mich entschuldigen sollte. Das musst du nicht, Jack. Leiste mir einfach nur etwas Gesellschaft, während wir warten. Das Warten ist am schlimmsten. Ich hoffe, dass Josie und Zeus es schaffen werden. Ich auch. Du arbeitest heute nur mit einem kleinen Tablett. Ja, ist doch gar kein Problem. Ich bin für ihn. Ich bin für ihn. Wachbar ich ihn! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Also ich kann nichts dafür, wenn das dann nicht gleich funktioniert. Also ich kann nichts dafür, wenn das dann nicht gleich funktioniert. Also ich kann nichts dafür, wenn das dann nicht gleich funktioniert. Also ich kann nichts dafür, wenn das dann nicht gleich funktioniert. Also ich kann nichts dafür, wenn das dann nicht gleich funktioniert. Okay. Okay. Mehr nicht. Ich gehe da nochmal rein. Das geht ja aber mal gar nicht. Ah, super. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Das soll doch machbar sein, oder? Das war's für heute. 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 Ja, knapp drüber. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hallo, hallo, hallo. Okay, wir werden... Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, 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 genau. Das war's für heute. Okay, okay. Das war's für heute. Oh, man. Oh, da war die Maus. 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 Aber ansonsten ist noch alles locker flockig. Oh, da war die Maus. Ähm, also sie kann jetzt wieder nach Hause. Ich kann dir gar nicht genug danken, Amy. Das musst du nicht, wir sind doch Freunde. Ich bin immer für dich da und für Josie auch. Check, Amy, nochmals danke. Ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Anscheinend habe ich meins auch noch, versteckt zwischen all den alten Schulsachen. Vielleicht können wir noch einmal, wo wir über einen Neuanfang sprechen, wo wir über einen Neuanfang sprechen. Mein Vater steht unter Anklagen, mein Vater steht unter Anklage und als neue Vorstandsvorsitzende muss ich ein großes Chaos beseitigen. Es tut mir leid, aber ich werde auch kündigen. Es tut mir leid, aber ich werde auch kündigen, Samantha, das hier ist nichts für mich. Das habe ich mir schon gedacht. Amy, ich werde deiner Klinik für jedes Tier, das durch das Futter vergiftet wurde, einen Geldbetrag überweisen. Damit solltest du wieder auf die Beine kommen. Danke. Ich habe es euch beiden zu verdanken, dass ich jetzt weiß, was wirklich wichtig ist. Passt gut aufeinander auf. Amy, vielleicht könnte ich dich nach Hause begleiten? Was macht Jack denn jetzt, nachdem er bei Felic positiv gekündigt hat? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. So weit habe ich noch nicht gedacht. Anscheinend bist du hier berühmt. Ach, Crystal ist vielleicht ein Profi, aber das heißt noch lange nicht, dass ich dort gerne mein Gesicht sehe. Verständlich. Ich würde auch niemals da hängen wollen. Ich werde Crystal darum bitten, morgen als erstes eines für dich aufstellen zu lassen. Das wagst du nicht. Oh ja, wie willst du mich denn davon abhalten? Also ich sollte dich dann besser ablenken, damit du die Idee schnell wieder vergisst. Fällt dir etwas ein? Ich könnte mir da schon etwas vorstellen. Ja, Kissen! Ach ja. Eine Originalgeschichte von Game House. Dr. Caps. ja und damit sind wir wohl jetzt auch durch nur den einen monat später weiter zeus du siehst glücklich aus oh mächtiger gott des donners das hat er nur dir zu verdanken amy und wie geht es läuft die klinik gut niemals besser vergisst nicht sobald nicht bald für einen checkup vorbeizukommen das mache ich okay noch irgendwas ich werde auf jeden fall den den dritten teil auch spielen okay das war es noch nicht was ist das diese dokumente sind voller fehler ich muss wohl mit dem oder der verantwortlichen ein ernstes wörtchen reden christian christian daran ist meine handschrift schuld nicht so wichtig oh das soll wohl ein witz sein nicht noch eine anzeige ich schwöre christel ich werde dich und da war noch kein check mit drauf ding dong ding dong du hast diese nervige glocke also immer noch nicht ausgetauscht liebe glocke liebe glocke opa du bist ja schon wieder zurück das reisen ist zwar ganz nett aber zu hause ist doch immer noch am schönsten und ihr habt mir alle so gefehlt es ist schön sie wiederzusehen dr kehrs nämlich doch bitte einfach afa in unserer familie ist jetzt amy dr kehrs was bringt dich nach snag vor check also lieblings freund lieblings freund anscheinend hat sich hier viel verändert das ist schon so eine geschichte die will ich unbedingt hören wie wäre es amy check schnell es gab einen unfall okay was ist passiert es geht um fluffy mein 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 meine kater mein kater wurde von einem auto angefahren dann muss die geschichte erst einmal warten sollen wir dr kehrs aber sicher doch dr hawkins lass uns fluffy retten ab vielleicht dass auch die weil er F Grande lieblings foi doch Komm nach was. Ich glaube, das war jetzt die letzte Szene, oder? Ich denke mal, das mit dem Unfall und so und dem Kater, das werden wir dann im nächsten Teil sehen. Für all unsere Freunde, Familien und all unsere geliebten Haustiere. Unser besonderer Gedank geht an alle Fans von Dr. Kers. Hallo, Sie sind mit der Teleklinik von Dr. Amy Kers verbunden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton. Nachricht! Nachricht! Newton, Ruhe, jetzt nicht. Ich zeichne gerade meine Nachricht auf. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Piep! Amy? Bist du das wirklich? Amy, hier ist deine Mutter. Ich werde es einfach später noch einmal probieren. Nachricht gelöscht. Super, Newton! Letzte Kapitel abgeschlossen und ja, vielen Dank fürs Spielen von Dr. Kers, Emmys Pet-Klinik. Bald gibt es Neues von Amy und Newton. Ja, ich weiß. Im nächsten Teil. So, jetzt gucke ich nochmal im Tierheim vorbei. Da kriegst du jetzt noch die letzte Beschäftigung. noch was zum Fuddern. So, und dann würde ich fast sagen, sehen wir uns dann wohl im nächsten Teil von Dr. Kers. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat das Spiel auf jeden Fall wieder gefallen. Und ja, guckt auch auf unserem YouTube-Channel vorbei. Und zwar youtube.com slash CalebGurv. Da gibt es auch noch andere Dinge zu gucken, wie zum Beispiel Sims und Spongebob und vieles weiteres. Also, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und ja, ob es heute Nachmittag einen Stream gibt, da werden wir wieder auf Twitter Bescheid geben. Ansonsten sehen wir uns am Freitag mit dem nächsten Teil von Dr. Kers. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.